Heute ist es mal wieder Zeit für die Fälle von Serienmördern, und zwar für fünf sehr alte Fälle. Bitte denkt daran, ein Like da zu lassen und abonniert noch schnell den Kanal, um die kommenden Fälle nicht zu verpassen. Joseph Vaché wird 1869 in einem Dorf in den Alpen in Frankreich geboren. Er ist das jüngste von 15 Kindern und er wächst in extremer Armut auf. Dennoch möchte sein Vater, der selbst nicht lesen und schreiben kann, ihm eine Ausbildung ermöglichen und schickt ihn auf eine sehr strenge katholische Schule. Joseph ist bereits als Jugendlicher bekannt für seine plötzlichen Stimmungsschwankungen und seine aggressiven Ausbrüche. Darüber hinaus wird er als ziemlich egozentrisch beschrieben. Nach der Schule, als er seinen Militärdienst ausübt, den er sehr ernst nimmt, verliebt er sich in die junge Haushälterin Louise Barron. Doch sie erwidert seine Liebe nicht. Sie hat überhaupt kein Interesse an ihm. Dennoch sucht Joseph ständig den Kontakt zu ihr und versucht, sie zu einem Date zu überreden. Als sein Militärdienst zu Ende ist, versucht er es ein letztes Mal, doch Louise ist genervt von ihm und beginnt, sich über ihn lustig zu machen. Dies bringt Joseph so in Rage, dass er erst viermal auf sie schießt und anschließend zweimal in seinen eigenen Kopf. Beide überleben. Joseph trägt eine bleibende, halbseitige Gesichtslähmung davon und eine der Kugeln kann nicht entfernt werden und verbleibt in seinem Kopf. Er kommt wegen des Mordversuchs an Louise in eine psychiatrische Anstalt, wo er medikamentös behandelt wird. Doch die Medikamente sollen keinen Effekt auf ihn gehabt haben. Er benimmt sich in der Klinik so exzentrisch, dass nicht mal die anderen Patienten, zum größten Teils ebenfalls gewalttätige Straftäter, etwas mit ihm zu tun haben wollen. Dennoch wird er nur ein Jahr später, im Alter von 25 Jahren, als vollständig geheilt entlassen. Er hat anschließend keinen festen Wohnsitz und ist im ganzen Südosten Frankreichs unterwegs, wo er sich als Landstreicher durchschlägt. Im Juni 1894 wird die Leiche der 21-jährigen Eugénie Delum in einer Hecke neben einem Feld gefunden. Neben einer Stichverletzung im Hals und Spuren auf Strangulation wurde sie schwer verstümmelt. Die Tat macht einen absolut brutalen Eindruck. Eugénie war gerade auf dem Heimweg von ihrer Arbeit in einer Mühle. Joseph hat zwar kein Zuhause, doch er hat sich inzwischen eine beachtliche Sammlung an Messern und Beilen zugelegt, die er immer mit sich herumträgt. Er bettelt Bauern und Schäfer, die auf den Feldern arbeiten, um Essen an. Oft wird er weggejagt, da er mit seinen ungekämmten Haaren und seiner zerschlissenen Kleidung ein recht unheimliches Erscheinungsbild abgibt. Doch vielen tut er auch leid. Manchmal, wenn die Leute ihm den Rücken zukehren, um ihm etwas zu essen aus ihren Taschen zu holen, greift er sie unvermittelt von hinten mit einem seiner Messer an. Er fällt immer nur über Personen her, die ihm den Rücken zukehren. Er traut es sich nie, eine Person, die ihm zugewandt ist, zu attackieren. Bevor er seine Opfer umbringt, versucht er, bestimmte Handlungen zu erzwingen. Anschließend verstümmelt er ihre Körper, bevor er sie am Tatort, also meist mitten auf den Feldern, zurücklässt. Nach seiner ersten Tat im Jahr 1894 mordet er drei Jahre lang unbehelligt weiter. Im Jahr 1895 bringt er den jungen Schäfer Victor Portallier in der Nähe von Tournant um. Mindestens neun weitere Personen, drei weitere junge Schäfer und sieben junge Feldarbeiterinnen, zum größten Teil noch Teenager, fallen ihm zum Opfer. Die Personen, die die schrecklich zugerichteten Leichen finden, sind jedes Mal absolut entsetzt über das, was sie gesehen haben. Die Ermittler, die anhand der Verletzung der Opfer bereits nach wenigen Taten vom gleichen Täter ausgehen, nennen ihn den Ripper des Südostens. Einige Bauern geben Beschreibungen von einem Landstreicher ab, den sie kurz vor oder kurz nach den Taten in der Gegend gesehen haben. Sie beschreiben sein Aussehen als wild und auffällig, doch niemand kann einen Namen des Mannes nennen. Mutmaßlich hatte Joseph sogar mehr als die bekannten elf Opfer, möglicherweise bis zu 27. Im Jahr 1897 spricht er eine junge Frau an, die am Waldrand in der Dächt Tannenzapfen sammelt. Wie immer, wenn er nach einem Opfer Ausschau hält, achtet er darauf, dass es alleine ist. Er überwältigt die Frau und drückt sie zu Boden, um über sie herzufallen, doch sie schreit laut um Hilfe und kurz darauf erscheinen ihr Mann und ihr Sohn, die ebenfalls im Wald Holz gesammelt hatten. Joseph hatte ihre Anwesenheit zuvor nicht bemerkt. Ein Fehler, der seine Festnahme bedeutet. Der Mann und sein Sohn können den Angreifer seiner Frau gemeinsam in kurzer Zeit überwältigen. Sie bringen ihn zunächst in eine Bar im Ort, von wo aus andere Männer sich auf den Weg machen, um die Polizei zu holen. Während Joseph, von den Männern des Dorfes bewacht, in der Bar auf die Polizei wartet, entertaint er sie, indem er auf einem Akkordeon musiziert. Da die zuletzt angegriffene Frau unverletzt überlebt hat, gibt es erstmal keinen Hinweis darauf, dass Joseph für die schreckliche Mordserie der letzten drei Jahre verantwortlich ist. Er wird für die letzte Tat wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses zu drei Monaten Haft verurteilt, doch während er im Gefängnis sitzt, schreibt er plötzlich einen Brief ans Gericht, in dem er alle seine Taten gesteht. Er beschreibt genau, wie er vorgegangen ist, doch er behauptet, wahnsinnig zu sein, und zwar bereits, seit er als Kind von einem tollwütigen Hund gebissen wurde und Medizin von einem von ihm als Quacksalber beschriebenen Arzt erhalten hätte. Ein anderes Mal erzählt er, dass die Reaktion der Menschen, die oft sein halbseitig gelähmtes Gesicht angestarrt hätten, ihn so wütend gemacht hat, dass er sie angegriffen hat. Ein ganzes Team von Ärzten, das vom Gericht bestellt wird, bestätigt, dass er geistig gesund genug und in der Lage sei, einem Gerichtsprozess beizuwohnen. Die Presse interessiert sich brennend für den Fall und Joseph genießt die Aufmerksamkeit. Dann gibt es beinahe noch ein weiteres Opfer. Joseph nutzt die Unachtsamkeit eines seiner Werte aus und greift ihn von hinten mit einem Stuhl an. Er schlägt mit dem Stuhl so heftig auf ihn ein, dass er ihn lebensgefährlich verletzt. Vor Gericht behauptet Joseph, dass Gott persönlich ihn gesandt hätte, und zwar, um den Menschen wahre Werte beizubringen. Einmal steht er auf und schreit, Zitat, Lang lebe Can von Arc, er Can von Arc, Ehre der großen Retterin. Im Jahr 1898, ein Jahr nach seiner Festnahme, fällt sein Urteil. Er wird zum Tod durch die Guillotine verurteilt und zwei Monate nach der Urteilsverkündung schreiend und tretend zur Vollstreckung geschleift. Unmittelbar vor seinem Tod fragt Joseph, ob man glauben würde, die ganzen Fehler Frankreichs durch seinen Tod korrigieren zu können. Seine letzten Worte sind, Zitat, Ihr begeht ein weiteres Verbrechen, ich bin das größte Opfer. Frank Butler stammt aus West Dorset in Großbritannien, wo er laut eigenen Angaben im Jahr 1861 in Wirklichkeit aber vermutlich bereits früher geboren wurde. Über seine Kindheit und sein früheres Leben ist nichts bekannt, doch spätere Angaben weisen darauf hin, dass er aus einer wohlhabenden Familie stammt. Offenbar verlässt er West Dorset zum ersten Mal im Jahr 1882 und reist unter anderem nach Gibraltar und nach Malta. Anschließend kehrt er nach England zurück, doch irgendwann in den kommenden Jahren geht er zunächst in die USA. Im Jahr 1886 verbringt er einige Zeit lang aufgrund eines unbekannten Deliktes im Gefängnis in Los Angeles. Anschließend ist er kurzzeitig in Kanada, wo er sich bei der Polizei bewirbt. Doch noch im gleichen Jahr, 1886, kehrt er wieder in die USA zurück und tritt unter dem Namen James McKnight der Armee bei, doch auch dort verschwindet er nach nur drei Monaten wieder, nur um im nächsten Jahr wieder unter falschem Namen erneut der Armee beizutreten. Auch dieses Mal verschwindet er nach wenigen Monaten. Er kehrt nach England zurück und hält sich einige Wochen in Holyhead auf, doch dann geht er an Bord eines Schiffes nach Sydney in Australien. Wieder lässt er sich nicht nieder, sondern er reist in den folgenden fünf Jahren nochmal in die USA, zurück nach England und dann wieder nach Australien. Zwischen 1892 und 1894 ist Frank mehrfach im Gefängnis in Northam, unter anderem, da er ein Zelt überfallen und ausgeraubt hat. Im Jahr 1896 arbeitet er unter dem Namen Frank Harwood als Schmied und anschließend beginnt er damit, regelmäßig auf Goldsuche zu gehen. Ebenfalls im Jahr 1896 unternimmt der laut seinen Papieren 35-jährige Frank mehrere Expeditionen in die Blue Mountains. Jedes Mal nimmt er einen Begleiter mit, den er erst kurz zuvor über eine seiner Zeitungsannonsen kennengelernt hat, in denen er nach einem Partner sucht, der mit ihm auf Goldsuche gehen möchte. Darunter sind zwei Männer namens Preston und Burgess und ein Kapitän namens Lee Waller. Die Berge, die Blue Mountains, in denen sie auf Goldsuche gehen, sind ein völlig wildes und schwieriges Terrain, fernab vom nächsten bewohnten Ort. Vor den Ausflügen trifft Frank sich mit den Männern im Gilham Hotel, am Fuß der Berge. Burgess, ein etwa 28-jähriger Norweger, trifft sich in der Nacht des 12. August 1896 im Hotel mit Frank und am nächsten Morgen machen die beiden sich gemeinsam auf den Weg. Frank findet schnell heraus, dass Burgess keine Familie in Australien hat und dass er erst die Bekanntschaft von wenigen Personen gemacht hat. Er ist sich sicher, dass sein Verschwinden erst viel später auffallen wird. Dennoch bringt er ihn nicht sofort um, sondern er ist tatsächlich mindestens elf Tage lang mit ihm auf Goldsuche, was von mehreren anderen, die die beiden noch gemeinsam gesehen haben, bestätigt wird. Nachts zelten sie an verschiedenen Orten am Berg. Nachdem Frank alleine zurückkehrt, wird tatsächlich niemand misstrauisch, da Burgess kaum Kontakte hatte. Bei seinem Opfer Preston ist es ähnlich, doch das Verschwinden von Lee Waller, dem Kapitän, wird bereits nach wenigen Tagen gemeldet. Nachdem Frank ihn ermordet hat, geht er an Bord eines Schiffes nach San Francisco, und zwar mit den Papieren von Lee Waller, als der er sich nun ausgibt. Er nimmt an, dass er sich unentdeckt nach Amerika absetzen kann. Doch während er noch auf der Reise ist, werden die Leichen zweier seiner Opfer, darunter Lee Waller, bei einer umfangreichen Suchaktion in den Blue Mountains gefunden. Sie haben jeweils eine Schussverletzung im Kopf, wurden ausgeraubt und dann vergraben, und zwar in Gruben, die sie zuvor, auf der Goldsuche, in der Erwartung, dass an diesen Stellen Minenschächte seien, im Auftrag von Frank selbst ausgehoben haben. Da Frank unter Lee Wallers Identität gereist ist, kann er direkt bei seiner Ankunft in San Francisco festgenommen werden. Er wird direkt zurück nach Sydney ausgeliefert, wo ihm der Prozess gemacht wird. Nach seiner Festnahme macht Frank kein Geheimnis aus seinen Taten. Er gibt nicht nur der Polizei ihm, sondern auch der Presse umfangreiche Auskunft, und die Zeitungen überschlagen sich mit Berichten über seine Taten. Frank verkauft Dinge aus seinem Privatbesitz für hohe Geldsummen an Personen, die ein Souvenir eines Mörders haben wollen, und er schreibt Autogramme für zahlreiche Personen, die anreisen, um sich seinen Prozess anzuschauen. Die Polizei muss Sonderkräfte einsetzen, um die große Menschenmenge zu kontrollieren. Obwohl Frank vermutlich nicht der erste Serienmörder Australiens ist, ist er der erste, der von den Medien und der Öffentlichkeit eine so hohe Aufmerksamkeit bekommt. Es wird angenommen, dass er zusätzlich zu seinen drei bekannten Opfern auf seinen zahlreichen Reisen weitere Opfer hatte, was aber nie nachgewiesen werden konnte. Frank Butler ist genau wie die zahlreichen anderen Namen, die er genutzt hat, nicht sein richtiger Name. Die australischen Behörden kennen seine wahre Identität, und sie beschließen, sie nicht zu veröffentlichen, sondern den Namen Frank Butler, den der Täter in letzter Zeit überall angegeben hatte, zu nutzen. Sie sagen, dass er aus einer wohlhabenden englischen Familie stammen würde und wollen die Familie durch die Geheimhaltung seines wahren Namens vor dem Presserummel schützen. Frank Butler wird zum Tod verurteilt. Sein Urteil wird am 18. Juli 1897 vollstreckt. Ida Schnell wird im Jahr 1894 in München geboren. Bereits als sie noch sehr jung ist, beginnt sie, in Haushalten wohlhabender Familien zu arbeiten und deren Kinder zu betreuen. Doch Ida musste bereits mehrfach die Stelle wechseln, da einige der von ihr betreuten Kinder verstorben sind. Im Jahr 1907, Ida ist 13 Jahre alt, stirbt der erst 14 Tage alte Sohn des Ehepaars Bichler unter ihrer Aufsicht. Der Junge wurde bereits beerdigt, doch irgendetwas kommt der Familie merkwürdig daran vor, und zwar so sehr, dass sie sich dazu entscheiden, ihn zu exhumieren und gerichtsmedizinisch untersuchen zu lassen. Der Gerichtsmediziner stellt fest, dass der Schädel des Jungen mit einem winzigen, spitzen Objekt, wie zum Beispiel einer großen Nadel durchstochen wurde. Dies ist möglich, da der Schädelknochen von Säuglingen noch weich ist. Dadurch wurde bei dem Kind offenbar eine Hirnblutung ausgelöst. Da die Verletzung so winzig ist, ist sie zunächst niemandem aufgefallen. Ida, die den Jungen ja zum Zeitpunkt seines Todes betreut hatte, wird sofort zu einer Befragung aufs Polizeirevier mitgenommen. Doch sie beharrt zunächst darauf, dass sie immer liebevoll und sanft mit dem Kind umgegangen sei und dass sie keinesfalls für seinen Tod verantwortlich sein könnte. Doch aufgrund der festgestellten Verletzung steht es außer Frage, dass der Tod des Kindes auf jeden Fall durch Fremdeinwirkung entstanden ist. Ida war die Einzige, die in der Nähe des Säuglings gewesen ist. Sie wird ins Kreuzverhör genommen und hat nach kurzer Zeit keine andere Erklärung mehr auf die Fragen, die ihr gestellt werden, als die Wahrheit zu sagen. Sie beschreibt, dass sie dem Jungen eine Haarnadel in den Kopf gesteckt hätte. Inzwischen hat die Polizei bereits Idas vergangenen Arbeitsverhältnisse ermittelt und dabei festgestellt, dass der Sohn der Bichlers nicht das erste Kind ist, das in Idas Obhut verstorben ist. Im weiteren Verhör gesteht sie zunächst, vier weitere Babys auf die gleiche Weise umgebracht zu haben. Bei den Babys, die vor ihrem Tod meist Krämpfe und Atemnot bekommen haben, wurden natürliche Ursachen wie zuvor unentdeckte Erkrankungen vermutet. Dass unter Idas Obhut bereits zuvor Kinder verstorben sind, hat ihre nächsten Arbeitgeber meist alleine deshalb nicht beunruhigt, dass damals leider oft vorgekommen ist, dass Kinder bereits im Säuglingsalter verstorben sind. Dazu kommt, dass die Sterbeurkunden damals in Bayern nicht von einem Arzt ausgestellt werden mussten, sondern dass dies von einer Zivilperson erledigt wurde. Einem Arzt wären die unnatürlichen Todesursachen vermutlich aufgefallen, aber keins von Idas vorherigen Opfern wurde nach seinem Tod von einem Arzt begutachtet. Da Ida sich immer fürsorglich zeigt und freundlich und höflich gegenüber ihren Arbeitgebern auftritt, hatte zunächst niemand einen Verdacht ihr gegenüber geschöpft, doch nach mehreren Wechseln ihrer Arbeitgeber, bei denen sie immer nur maximal zwei Wochen lang tätig war, bevor das Kind verstorben ist, hatten Gerüchte begonnen, die Runde zu machen. Ida gesteht am nächsten Tag, dass sogar sechs und nicht fünf Kinder gewesen seien, die sie auf diese Weise umgebracht hat. Als Motiv gibt sie an, dass sie das Kindergeschrei nicht aushalten konnte und dass sie einfach erreichen wollte, dass es aufhört. Die Polizei stellt fest, dass Babys in mindestens drei weiteren Haushalten, in denen Ida tätig war, verstorben sind, doch bei der Exhumierung der Leichen können die mutmaßlichen Verletzungen nicht mehr festgestellt werden, da sie bereits zu stark verwest sind. Bei einem einzigen Vorfall, der einige Monate zurückliegt, wurde Ida schon mal von der Polizei unter die Lupe genommen, allerdings aus Mangel an Beweisen nicht weiter untersucht. Damals ist ihre Arbeitgeberin, eine Frau namens Oppenheimer, mittags von der Arbeit auf dem Feld zurückgekommen und hatte Ida draußen auf ihrem Hof vorgefunden, wo sie mit dem Hund spielte. Auf die Frage, warum sie nicht bei ihrem Baby sei, hätte Ida geantwortet, dass es krank sei und dass sie glaubt, dass es sterben würde. Die Mutter bemerkt ebenfalls, dass mit dem Baby irgendwas nicht in Ordnung ist, kann aber die Ursache dafür nicht feststellen. Nachdem sie sich eine Weile um ihr Kind gekümmert hat, scheint sich der Zustand des Babys zu bessern und sie kehrt zu ihrer Arbeit aufs Feld zurück. Doch in der folgenden Nacht verstirbt das Kind. Da Ida nichts nachgewiesen werden konnte, wechselt sie erneut die Stelle. Über Idas eigene Kindheit ist wenig bekannt, offenbar war ihr Vater ein bekannter Alkoholiker und die Familienverhältnisse müssen ziemlich rau gewesen sein. Ida hatte anscheinend in der Anwesenheit ihrer Arbeitgeber immer vorbildlich und hart gearbeitet und dann ihre Persönlichkeit komplett verändert, sobald sie mit den zu betreuenden Kindern alleine gelassen wurde. Ida wird einen Monat lang in einer psychiatrischen Anstalt begutachtet. Ihre intellektuellen Fähigkeiten seien ziemlich eingeschränkt gewesen. Ihre früheren Lehrer, Ida hatte nur kurze Zeit die Schule besucht, bestätigen dies und sagen darüber hinaus, dass Ida oft ohne ersichtlichen Grund in Gelächter ausgebrochen sei. Dies wird als mögliches Zeichen einer geistigen Behinderung betrachtet. Aufgrund ihres Alters wird Ida in eine Besserungsanstalt eingewiesen. Über den Zeitpunkt ihrer Entlassung und ihr weiteres Leben ist nichts bekannt. Yundai Mai wird im Jahr 1871 in Asakusa in Tokio geboren. Seine Eltern, die ein Pfandleihaus betreiben, sterben, bevor Yun sechs Jahre alt ist und anschließend wächst er in einem Tempel in Oeta in Kyushu auf. Yun beschreibt später, dass seine Verwandten ihn nach dem Tod seiner Eltern an den Tempel verkauft hätten und dass sie das Grundstück und den Nachlass seiner Eltern für sich behalten hätten. Einer der Priester des Tempels, Yugen Da Mai, übernimmt seine Erziehung und von ihm hat Yundai Mai auch seinen Namen. Welchen Namen er zuvor bei seinen Eltern hatte, ist nicht mehr bekannt. Yugen stirbt, als Ryun 18 Jahre alt ist und zunächst beginnt er eine professionelle Ausbildung bei einem Yudoka. Er erreicht einen hohen Rang, doch dann muss er in den chinesisch-japanischen Krieg, wo er schwer an der Nase verletzt wird, nachdem er auf eine Landmine tritt. Anschließend ist er für kurze Zeit selbst in einem Tempel als Priester tätig, doch er gewinnt nicht viele Anhänger und so verlässt er den Tempel wieder. Anschließend ist er als Dieb und Betrüger im ganzen Land unterwegs. Am 21. Januar 1905, Yugen ist 34 Jahre alt, bricht er in einen Orden in Amagasaki ein, wo er eine 72 Jahre alte Nonne umbringt und 24 Yen von ihr stiehlt. Im Juni des gleichen Jahres wird er verhaftet, da er versucht hat, einen Priester in Matsue um sein Geld zu betrügen. Nach einer sechsmonatigen Haftstrafe ist er wieder auf freiem Fuß. Doch nur kurz darauf wird er erneut festgenommen, da er in mehrere Tempel eingebrochen ist und Geld und weitere Dinge gestohlen hat. Dieses Mal erhält er vier Jahre Haft. Für den Mord an der Nonne im Jahr 1905 wird er allerdings bislang nicht verdächtigt. Am 31. Oktober 1909 bringt er bei einem Einbruch in Totsukam die 72-jährige Nonne Koshimi um. Er versucht zunächst, bestimmte Handlungen mit ihr zu erzwingen, doch sie beginnt zu schreien und Ryun reißt ihr mit bloßen Händen die Zunge heraus und tötet sie. Allerdings findet er keinerlei Geld in ihrem Besitz, also nimmt er Reis mit und fährt weiter nach Osaka und später nach Tokio, wo er weitere Einbrüche begeht. Im Jahr 1913, er ist nun 42 Jahre alt, bekommt er mit, dass die 66-jährige Nonne Hoshu Saito aus Odawara Spenden für eine Renovierung des Tempels sammelt. Er geht zu ihr, spendet 5 Yen und gewinnt in einem Gespräch ihr Vertrauen. Sie verbringt die Nacht mit ihm und am nächsten Tag lockt er sie unter dem Versprechen, dass er einen wohlhabenden Mann kennt, der zu einer großzügigen Spende bereit sei, mit sich an den Strand, wo er seine Auskunft nach den Mann treffen möchte. Doch stattdessen stößt Ryun Hoshu Saito ins Meer, wo sie ertrinkt. Danach kehrt er in den Tempel zurück, stiehlt ihre gesammelten Spendengelder und vergnügt sich damit im Rotlichtbezirk von Kobe. Kurze Zeit später bringt er nach einem Streit einen Hafenarbeiter um und flüchtet nach Fukuoka. Dort beginnt er eine Beziehung mit der 40-jährigen Tama Nakayama, die ein Restaurant führt. Einige Quellen stellen es so dar, dass er Tama Nakayama zu der Beziehung gezwungen hat. Er heiratet sie wenig später. Ryun denkt, dass er schwerer zu überführen ist, wenn er eine Ehefrau und einen festen Wohnsitz hat, denn er bricht weiterhin ständig nachts in Orden von Nonnen ein und stiehlt dort Geld und Wertgegenstände. Neben seiner Ehe beginnt er ein Verhältnis mit der 21-jährigen Nonne Kyodo Makoto, doch nach einiger Zeit beendet er die Beziehung. Kyodo ist enttäuscht und Ryun wirft ihr vorm, dass sie als Nonne überhaupt mit ihm zusammen gewesen sei. Kyodo, die gerade damit beschäftigt war, Blumengestecke zurechtzuschneiden, kommt wütend mit ihrer Schere auf ihn zu und Ryun nimmt ihr die Schere weg und tötet sie durch einen Stich in den Hals. Einige Monate danach bringt er einen Priester des Jiganji-Tempels um und stiehlt dort eine Menge Wertgegenstände sowie Geld. Er flüchtet nach Tokio. Nach weiteren Einbrüchen und Diebstählen attackiert er im Juli 1915 die 69-jährige Nonne Taigakuni im Orden in Asagaya. Er denkt vermutlich, dass er sie umgebracht hat, doch sie überlebt und kann eine gute Beschreibung von ihm abgeben. Unter anderem erwähnt sie seine Nase, an der er ja eine Kriegsverletzung davongetragen hatte. Sie ist nicht die erste, die Ryun beschreiben kann. Er hat zahlreiche weitere Übergriffe begangen, bei denen seine Opfer überlebt haben. Diese Vorfälle betreffen nicht nur Nonnen, sondern auch Miko, das sind junge Priesterinnen, die in Shinto-Schreinen tätig sind, sowie Frauen aus der normalen Bevölkerung. Obwohl die meisten Vorfälle in unterschiedlichen Gegenden stattgefunden haben und zunächst nicht miteinander in Verbindung gebracht wurden, hat die Polizei inzwischen auch anhand der Beschreibung der überlebenden Opfer den Verdacht, dass es sich um einen Serientäter handelt, und zwar einen, der es spezifisch auf Nonnen abgesehen hat. Obwohl einige der Frauen sogar einen Namen des Täters nennen konnten, bringt dies die Polizei nicht weiter. Wie später herauskommt, hat Ryun sich in jedem Ort, in dem er Verbrechen begangen hat, einen anderen Namen ausgedacht. Ryun hat sich gerade gemeinsam mit seiner Frau Tama ein neues Zimmer in Tokio gemietet und verkauft sein Diebesgut in einem Laden in der Nähe. Dort fallen einem Kunden kurz darauf mehrere Roben auf, die er aus dem Hosen-Orden kennt, in dem kurz zuvor eine Nonne umgebracht wurde. Er meldet den Vorfall bei der Polizei und beschreibt ebenfalls, dass der Verkäufer des Diebesgutes eine entstellte Nase hätte. Da nun die Verbindung des Täters zu dem Laden besteht, kann die Polizei endlich seine wahre Identität ermitteln, doch als sie bei seinem Zimmer eintrifft, erfährt sie, dass er gemeinsam mit seiner Frau auf der Rückreise nach Fukuoka sei. Der Zug hat damals für die Strecke anderthalb Tage benötigt und als Ryun und Tama in Fukuoka eintreffen, werden sie bereits am Bahnsteig von der Polizei erwartet. Als Ryun auf der Polizeistation mit den Beweisen gegen ihn konfrontiert wird, erklärt er, dass er bereit sei, ein umfassendes Geständnis abzulegen und fordert dafür den Polizeichef an. Vor ihm erklärt er, dass er sechs Morde begangen hat und in 138 Orden eingebrochen sei. Darüber hinaus gesteht er 30 weitere Übergriffe auf Frauen Ryun wird wegen der Morde und der Diebstähle angeklagt. Für die Übergriffe kann er nicht angeklagt werden, da keins seiner überlebenden Opfer Anzeige erstattet. Sie wollen ihre Identitäten nicht im Zusammenhang mit dem vorgefallenen preisgeben. Ryun erhält für seine Taten die Todesstrafe. Sie wird am 26. Juni 1916 vollstreckt. Ryun ist 45 Jahre alt. Johanni Atamin Poyka wird im Jahr 1826 in Henulam in Vesiwema in Finnland geboren. Bereits im Alter von 15 Jahren verlässt er sein Elternhaus und beginnt sich mit Diebstählen und Betrügereien durchzuschlagen. Während dieser Zeit hat er keinen festen Wohnsitz. Im Oktober 1849 Johanni ist 23 Jahre alt, wird er wegen Pferdediebstahl festgenommen. Als er vom Gefängnis zum Gerichtssaal gebracht wird, wo die Sache verhandelt werden sollen, kann er entkommen. Er begibt sich auf die Flucht und bringt zunächst in der damaligen Region Lamy einen Gutsbesitzerpaar sowie einen weiteren Mann um. Anschließend kehrt er nach Henola zurück, wo seine Mutter mit seinem Stiefvater lebt. Er tötet sie sowie zwei seiner Halbgeschwister. Nachdem er sich eine Weile im Wald versteckt gehalten hat, verfolgt und ermordet Johanni einen Kanalarbeiter, um in den Besitz seiner Papiere zu kommen. Mit den Papieren beginnt er zunächst am Kanal zu arbeiten, doch kurz darauf stilte die Papiere eines Priesters, den er dafür ebenfalls umgebracht hat. Auch auf dem Weg zu ihm soll er noch mehrere weitere Personen ermordet haben. Seine Taten sprechen sich in der Gegend herum und er bekommt aufgrund seiner spontanen Angriffe aus dem Hinterhalt den gruseligen Spitznamen der Vollstrecker. Nachdem er noch einen Seemann umbringt, kann er sich unter seiner Identität für kurze Zeit absetzen, doch bereits im November erscheint er wieder in Lamy, wo er sich mit einem früheren Bekannten Anti-Suico zusammentut. Die beiden planen, ein Gutshaus in Hatelmala zu überfallen. Als es soweit ist, fallen die beiden gemeinsam über mehrere Bewohner des Hauses her. Sie behalten sie über Stunden in ihrer Gewalt und holen alle Wertgegenstände sowie das Geld aus dem Haus. Während die ältere Gutsherrin bei dem Angriff stirbt, überleben die restlichen Personen. Wenige Tage später, am 20. November, fällt Johani im Ort Parasyoki auf und kann dort von zwei Dorfbewohnern festgehalten werden, bis die Behörden eintreffen. Endlich, nach fünf langen Wochen, in denen Johani gemordet hat, kann er festgenommen werden. Seine Opfer hat er mit Stöcken, Äxten und in einigen Fällen mit bloßen Händen erschlagen. Johani wird zwölf Morden für schuldig befunden und für seine zahlreichen Taten zum Tod verurteilt, obwohl die Todesstrafe zu dieser Zeit in Finnland eigentlich schon abgeschafft war. Einige Jahre später wird er dann aber begnadigt und zu lebenslänglicher Haft verurteilt, die er angekettet in seiner Zelle in der Festung Viapo, heute bekannt unter dem Namen Sumen Lina verbringt, die er auf einer Insel vor Helsinki liegt. Er stirbt im Jahr 1854 in seiner Zelle im Alter von nur 28 Jahren. Seine Todesursache wurde nicht bekannt gegeben, doch Mutmaßungen gehen dahin, dass er verschiedenen Foltermethoden ausgesetzt war. Laut einigen Berichten allerdings war die Tür seines Kerkers komplett zugemauert und er hat sein Essen durch eine kleine Klappe in der Decke hineingeworfen bekommen. Zum Motiv für seine Taten gibt es nur Vermutungen. Zu seiner eigenen Familie, die er ja ebenfalls umgebracht hat, soll er eigentlich ein gutes Verhältnis gehabt haben, sodass viele auf eine Psychose zum Tatzeitpunkt tippen. Es gibt auch Mutmaßungen, dass Johani bereits während der Schwangerschaft seiner Mutter mit Syphilis infiziert wurde, die allerdings nie diagnostiziert wurde. Darauf würden laut einem Fachmann jedenfalls seine Gesichtszüge schließen lassen, die bei während den Schwangerschaften bereits betroffenen Kindern oft stark verändert sind. Dies könnte sein irrationales Verhalten zum Zeitpunkt der Morde erklären, da die Krankheit unbehandelt zu nicht nachvollziehbarem Verhalten führen kann. Johani ist als der Erste und als einer der schlimmsten Serienmörder Finnlands bekannt. Schreibt mir wie immer gerne eure Meinung zu den Fällen unten in die Kommentare. Denkt auch daran, einen Daumen hoch dazulassen, wenn euch das Video gefallen hat, dadurch kann es von mehr Leuten gesehen werden. Aktiviert noch schnell die Glocke, dann werden euch meine neuen Videos meist vorgeschlagen. Falls ihr Lust auf noch mehr Kriminalfälle habt, schaut mal auf meinem Patreon vorbei oder denkt über eine Kanal Mitgliedschaft nach. Vielen Dank .